ARD Text im Auftrag von Funk Wo hast du die her? War unter deinem Bett, warum? Ja, dann ist sie meine. Aber ich hab sie bekommen. Ist doch komplett egal, ich hab extrem Hunger und ihr habt gestern mein Brot gegessen. Das ist nie passiert, Ben. Niemand von uns hat was von deinem Brot genommen. Ja egal, was machen wir jetzt mit der Suppe? Mein Haus, meine Regeln. Es ist meine. Glaub mir, mir ist es schon so egal. Ich will hier einfach nur noch raus. Dafür, dass du hier raus bist, warst du aber schon lange im Bett, oder? Willst du mir jetzt das Schlafen verbieten? In meinem Bett? Erstens ist es mein Bett und zweitens hört es auf zu depper zu streiten, okay? Teilen wir uns die Suppe einfach. Teilen wir einfach. Ja, mir ist es egal. Ich will einfach nur was essen. Sicher nicht. Warum soll ich jetzt schon wieder teilen? Das kannst du nicht aus jedem Blödsinn einen Traum machen. Geht das? Ich? Du fühlst dich in unsere Beziehung auf, als könntest du mit mir machen, was du willst, Tori, dass ich einmal etwas haben will. Ja schon, Leute. Aber es geht hier gerade nicht um euch. Wir wollen einfach nur was essen. Eben, lass einfach teilen. Ja. Lass sie los. Emilia, reiß dich zusammen. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, vielleicht, dass wir schon seit drei Tagen in dieser Scheißwohnung eingesperrt sind und du dich keine Sekunde um mich gekümmert hast. Ich mache fast alles. Ja, das stimmt. Was redest du? Du hast genau nichts zu sagen, Bitch. Halt einfach dein Maul. Du kannst nicht so mit ihr reden. Du kannst auch nicht so mit ihr reden. Du hast keine Ahnung. Von was denn? Du bist einer der anstrengendsten und nervigsten Menschen, die ich kenne. Entschuldige, ich oder was? Kannst du bitte mal chillen? Wir werden hier eh sicher bald rauskommen. Halt dich da raus. Jetzt reicht's. Komm mal runter. Im Sitzen. Nimm das nicht zu eins. Was ob. Das ist genau das Problem in unserer Beziehung. Du checkst es einfach nicht, oder? Mir reicht's. Was reicht dir? Unsere Beziehung funktioniert nicht. Also machst du jetzt Schluss hier, oder was? Schaut wohl danach aus, oder? Emilia, bitte übertrag jetzt... Ja, dann niemals deine Scheiß-Suppe. Du verstehst es nicht, oder? Es geht nicht um die Suppe. Wollt ihr beide? Wollen wir das nicht vielleicht zu zweit bereden? Ich glaube, es ist besser, wenn du sie jetzt kurz alleine nimmst. Ich rede mit ihr. Emilia, kannst du es bitte lassen? Ich bin eh nicht böse auf dich. Du weißt halt nicht alles. Ja, mach keinen Drama draußen. Red halt mit mir. Du kommst hier eh nicht weg. Ja, vielleicht will ich das aber nicht. Ja, aber vielleicht solltest du? Können sie kurz warten? Reden wir jetzt? Du denkst immer nur an dich. Kannst du vielleicht einmal was für mich tun? Geh einfach! Machst du wahnsinnig? Vergiss es, es ist draußen viel zu gefährlich. Wie kannst du sie einfach gehen lassen? Ja, ich gehe sicherlich nicht hinterher. Wollen wir essen? Wollen wir essen? Wollen wir essen? Wollen wir so auf die Seite? Wollen wir es auf den hora des Schraub podst? Wollen wir es auf das Ganze? Wollen wir es auf zwei Mal ganz sicher? Vielen Dank.